Hallo, mein Name ist Annika Renz. Ich bin Kundenberaterin im Zwickröll-Service. Heute möchte ich Ihnen aufzeigen, warum der Service und die Kalibrierung mit Zwickröll die beste Entscheidung für Sie und Ihre Prüfsysteme sind. Ob statische oder dynamische Materialprüfmaschinen, ob Pendelschlagwerke, Vlies- oder Härteprüfgeräte, Temperierkammern oder sonstige Prüfsysteme. Wir verfügen über ein DAX-akkreditiertes Kalibrierlabor mit zahlreichen Kalibrierverfahren, um Ihre Prüfsysteme normgerecht, professionell und rückführbar zu kalibrieren. Auch Prüfsysteme von Fremdherstellern. Eine Kalibrierung mit Zwickröll bietet Ihnen viele Vorteile. So kalibrieren wir statische Prüfmaschinen im Gegensatz zu anderen Kalibrierdienstleistern bereits ab 0,1% des gesamten Messbereichs mit bis zu 14 kalibrierten Messpunkten. Dadurch erweitern Sie den Einsatzbereich Ihrer Kraftaufnehmer, vermeiden Folgekalibrierungen mit unnötigen Kosten und erhöhen gleichzeitig die Sicherheit Ihrer Prüfergebnisse. Und wenn Sie die Kalibrierung mit einer unserer attraktiven Servicepakete kombinieren, dann erhalten Sie weitere wertvolle Zusatzleistungen. Bei Abschluss einer Servicevereinbarung inklusive jährlicher Inspektion und Kalibrierung haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, Ihre Gewährleistung von neuen oder gebrauchten Standardprüfmaschinen und Geräten auf bis zu fünf Jahre zu verlängern. Alle unsere Servicevereinbarungen beinhalten zudem den Support an unserer Hotline und einen Zugriff auf das Kundenportal. Das Highlight der höherwertigen Zwickröll-Servicepakete ist die exklusive Preisgarantie von bis zu fünf Jahren auf den kompletten jährlichen Inspektions- und Kalibrierumfang. Außerdem erhalten Sie einen garantierten Rückrufservice an der Hotline, eine priorisierte und schnelle Technikerbereitstellung bei Maschinenausfällen sowie eine kostenfreie Teilnahme an unseren Zwickröll-Symposien. Alle Informationen zu unseren Angeboten und Leistungen finden Sie online unter www.zwickröll.com.dienstleistungen. Profitieren auch Sie von unseren Serviceleistungen und Erfahrung aus jährlich über 15.000 Kalibrierungen. Gerne beraten wir Sie individuell, um Ihre Anforderungen abzudecken. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.